Also ISPO 2019 in der Halle der Autoprodukte. Wir sind hier am Stand von Slastic Sunglasses aus Barcelona. Die haben ein revolutionär neues Brüllensystem. Michael? Ja, unglaublich. Aber man kann sie einfach auseinanderreissen und magnetisch vorne wieder zusammensetzen und das Ganze hält verdammt gut. Hinten geht das Band komplett einmal rum und an der Seite kann man die Bügel noch zusammenschieben und auseinanderziehen und das Ganze anpassen, bis es hält. Verschiedene Sportarten. Laufsport, Wassersport, Wintersport, eigentlich alles. Preisrange zwischen 60 und 220 Euro. Einzelhandelspreise für die Brille. Würdest du sie kaufen, so eine? Für 220 nicht. Für die Mitte vielleicht von den beiden, von 60 bis 220. Könnte man dafür ausgeben. Dann hat man eine Brille, die beim Sport wirklich alles mitmacht. Und wenn sie mal auseinanderfällt klack wieder zusammen. Slastic Sunglasses Das ist Barcelona. Spannendes Produkt. Cool. Gut. Das war's. Hört einfach nicht auf zu filmen. Cut. Das war's. Vielen Dank.